Hallo bei den Spielzeugtestern! Happy Halloween! Wir haben heute Halloween und Hannah war schon laufen, deswegen ist ihre Schminke auch schon so ein bisschen verrutscht und sie hat schon ihr Unterhemd da drunter an. Und wir zeigen euch jetzt einmal kurz einen Ausschnitt, wie ich sie geschminkt habe, falls das Videomaterial was geworden ist und wie ihr ein bisschen gelaufen seid. Es war aber schon sehr dunkel nachher, es war ein bisschen schwierig mitzufilmen. Meine Freundin und ich, wir sind wieder als Pummelfeen gegangen. Nein, nicht als Pummelfeen, als Prinzessinnen! Oh ok, wir waren als Prinzessinnen unterwegs und Hannahs Papa war ein großer Minion. Ja! Das fühlt sich komisch an. Ich bin nie überall und ich bin lange mal verstanden. Wir wollen es noch einmal ausprobieren. Ich bin nett, ich bin noch mal nicht Firenzei, wach ich bin noch nie vorgelegt. Die Zeugelte Sache. Ich bin halt noch was in Sachenground. Wir nehmen die Zeugelte und Tauben. Die Zeugelte Sache. Wir reden. Wie ist die kleine Filette am Haus geboren? Gut. Gleich. Das ist elend. Hu. Hu. Heiko, dreht die Mom! Geht ihr mal weiter, Anna. Link! Lass uns mal bei Dings schon mal klingeln. Wer ist Dings? Ihr fehlt hier in der Mitte so was, was du rüber machen kannst. Drängel doch nicht so, Minion! Das schlägt wahrscheinlich vom Außen aus. Können wir da einmal klingeln? Ja, da ist ja Licht. Oder wohnt da ein Hund? Da wohnt ein Hund. Okay, weil da ist nämlich alles zugezäunt. Da lieber nicht. Jetzt ist der Hund gezaubert! Bleib stehen! Nummer vier! Höher! Das weiße da! Das weiße, ja! Richtig! Bis sonst gibt's Saures! Hallo! Hallo! Warte mal! Was ist da hinten so? Das ist Klara! Das ist Klara! Hanna! Ich bin Hanna, das ist... Und das ist Anton! Das ist Klara! Guck mal! Danke! Tschüssi! Wo ist die Klingel? Guck mal, bis sie macht! Wenn hier... Oh, guck mal! Sogar ein Körper ist! Mit einer echten Kerze drin! Ich bin hier oben! Ja! Geht Licht an! Ist gerade Licht angegangen, glaube ich! Ja, jetzt? Jetzt kommt's! Bis sonst gibt's Saures! Mama, guck mal! Mama, guck mal, was ich mir ausgesucht habe! Wie viel sonst gibt's Saures! Hallo! Wie viel sonst gibt's Saures! Aber noch eine kommt! Eine kommt noch! Ich! Hopp! Nicht, sonst kommt ja ein Zug! Nein! Geh hoch, Klara! Das ist ja witzig gemacht hier! Guck mal bei mir! Ja! Das sieht ja cool aus! Das sieht ja jetzt aus! Meine Zwillingsschwester auch mit! Ja, ich seh schon! Wir hatten auch noch einen Minion, aber dem wurde das zu viel jetzt! So, ihr Kleingeister! Lass doch was für die Nachfolgenden übrig! Da haben wir noch was! Danke! 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 Und schreie! Guck! Kommt! Kommt! Süßes Samstrieb Saures! Und jetzt sind wir wieder da! Und das ist Hannas Ausbeute! Und was ist sie? Sie ist so eine Mischung, ja, so eine Fledermaus-Hexe! Schieb das mal ein Stück zu dir, dass man auch was sehen kann! Guck mal, wie viel ich gesammelt habe! Wir sind dieses Jahr ein bisschen kürzer unterwegs gewesen! Aber dafür war ihr ganzer Bottich voll! Der ganze Hexenkessel! Ne, Schlucki? Ja! Was hast du da alles? Ne, mach das jetzt nicht auf, bitte! Wir wollen einmal kurz zeigen, was du da hast! Ein Apfel hat sie! Etwas Gesundes! Dann hat sie viele Riegel! Was ist das für ein Säckchen da? Käse! Ne, das sind Schokoplätzchen! Kennst du die? Drehen wir mal um, dass wir sehen können! Ah ja, die kenne ich! Genau! Ein Müsli-Riegel! Hanutas! Gummitiere! Schokobongs! Die gehören alle Papa! Eine... Guck mal, extra Happy Halloween-Dinger! Eine Muku-Bonbon! Bist du zufrieden mit deiner Ausbeute? Ja, ne? Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr auch unterwegs wart, als was ihr euch verkleidet habt. Ja! Und ob ihr viele, viele Süßigkeiten gesammelt habt! Ja! Und ob es euch Spaß gemacht hat! Mhm! Wir hatten Spaß! Ein Doppel was? Das ist Herbeer und Saft! Brombeer, glaube ich! Ja, Himbeer und Brombeer könnte das sein! Aber mal Mund so dabei! Mhm! Das ist Himbeer und Brombeer! Und jetzt müssen wir Hannah noch abschminken und dann das Feierabend. Es ist nämlich schon 20 vor 8! Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern! Tschüss! So, und jetzt abschminken! Ja, aber zuerst essen! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren! Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen! Na, ein Ausmalbild! Oh, wow! Hier auch hier! Hallo, Hannah! Das ist ein Brief für dich! Ich weiß, du magst Gummibärchen! Also habe ich dir welche eingepackt!